Ich bin in Belgien gewesen und ich habe selten nur so eine gute Beratung bekommen wie hier. Und die Ruhe, die hier reinkehrt und die Sicherheit ist wahnsinnig. Ich war sehr, sehr nervös, wie ich hier kam. Dafür habe ich mein Sohn mitgenommen. Aber im Nachhinein ist der Druck vorbei und es geht super. Einfach ein Jackpot. Wenn jemand Zahnprobleme hat, egal was mit Zähnen, kommt bei den Ableihen, das ist wirklich ein Jackpot hier.